Agatha, wer hat allen was vorgemacht? Die Hexe ohne Zirkel. Das war Agatha von Anfang an! Nein! Was geschah wirklich mit dir? Such dir nach dem Weg, der euch so lang schon ruft. Sie hat mir alle Macht genommen, die ich hatte. Ich versammle einen Zirkel. Wir müssen wieder die Oberhand gewinnen. Ich werde den Weg beschreiten. Folge mir. Der Hexenweg gibt dir das, was du am meisten willst. Wenn du es bis ans Ende schaffst. Der Weg endet nur mit dem Tod. Wo steigt der die Party? Hallo. Wollen wir? Er wird uns prüfen. Uns und unser Hexenwerk. Wir wissen gar nicht, was uns erwartet. Unsere größten Alptonnen. Wie sollen wir diese Prüfungen ohne unsere Kräfte bestehen? Wir werden überlegen, wie Hexen es schon seit Jahrhunderten tun. Und was passiert jetzt? Ich brauche diese Hexen nur, um ans Ende zu gelangen. Die Leichentürmen sich langsam wirklich auf. Warum lässt du sie diese Dinge über dich glauben? Weil die Wahrheit zu furchtbar wäre. Ich bin... ...was... ...mir gehört! Zeit, den Weg zu Ende zu gehen. Und wer zu nett ist, kommt als Letzter an. Folge mir, mein Freund. Bis uns der Ruhe scheint. Musik Musik Musik